Also das kaut dir den kompletten Draft vor. Mit der höchsten Winrate, was da am sinnvollsten ist zu picken, sozusagen. Ah, okay. Also das gibt's, ich hab's nur noch nie benutzt und ich kann nicht sagen wie cool das ist. Bald bin ich so verzweifelt, dann benutze ich sowas auch. Es ist ja kein Sheet oder sowas, es ist ja auch erlaubt sonst. Kannst ja auch am Handy machen. Aber da könntest du jetzt zum Beispiel direkt eintragen, wir haben schon Guzzlo und Varian, die haben Thrull und was weiß ich was. Auf Schwarzherzbucht, was ist da ein guter Pick? Und dann schlägt er dir direkt so 3-4 gute Dinger vor. Schicksal schmieden. What Peak? Ja, der benutzt es auf jeden Fall nicht. Was machen wir hier? Wieder Aurel und Dingens? Oder willst du nochmal? Ja, müssen wir ja. Gucken wir mal. Zeit. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Ich kann auch einen Usam machen. Oder einen Reger. Malf gebannt. Wir banden mal den, dann können wir uns doch alles offen halten. Mhm. Dann mal los! Boah. Bereit für ein Abenteuer! Okay. Was sagste? Weiß ich nicht, was meinst du? Wir können es ruhig nochmal probieren. Aber, ähm... Warum? Ohne Saiya dabei oder irgendwas anderes cooles, wo ich Energie lutschen kann, da picke ich Aurel nicht. Dann hätte ich jetzt einen anderen Jela genommen. Wenn du gesagt hättest, äh... willst du nicht. Es macht halt normalerweise echt nur Sinn mit einer Valla oder ein Guldan oder eine Lunara oder so. Oder Saiya geht auch. Arthas geht auch noch einigermaßen. Ich bin bereit. Ja, wenn man das nicht hat, dann ist Aurel echt ne Krücke, ne? Oh. Komm. Da wird ja jetzt wohl mal ein Win drin sein. Wie oft haben wir... Jetzt sind wir bei minus 5, glaub ich, ne? Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaub schon. Das muss jetzt ja noch nie sein. Wir haben nur 2 gewonnen, glaub ich. Und 7 mal verloren. Doppelbremate. Machen wir beide wieder Bot-Action. Mal gucken erstmal, ob der Gaslo hingeht. Ja, der geht Bot, wenn wir nichts sagen. Ist ja klar. Ja, dann lass uns Bot gehen. Hoffentlich kommt Chromie nicht Bot. Ach, das ginge eigentlich gegen Chromie. Wenn man guckt, wo die... Wenn man ein Auge auf die hat. Guckt, wer die gerade feuert. Ja. Ja. Ach, ärgerlich. Das letzte Game wär eigentlich ein Win gewesen, ne? Wir hätten uns da zurückziehen müssen. Mhm. Den Coe hätten wir eh nicht finishen können. Ah, der war auf 40 runter, ne? Trotz. Auch wenn du da drauf gehalten hättest, hätten die dich an die anderen beiden noch geweckt. Die du da getötet hast. Ah, das war's, ja. Ich mein, mich haben sie ja geflamed. Ich hab ja das Spiel verloren. Und dein D macht nun mal keinen extra damage gegen den Core. Richtig. Und hielt dich nicht, wenn du den Core attack hast. Ja, richtig. Deswegen hab ich ja auch... Das war ja mit ein Grund, warum ich zwischendurch auf die Geist gefeuert hab, ne? Dann hab ich ja noch zwei, drei Leute da gereckt. Das war für mich völlig unverständlich, dass plötzlich da alle gestorben sind. Die Moral ist halt kein Mana mehr. Die Moral ist halt vor, ihr räudigen Landraten. Diese Penner begeben sich in eine Welt des Schmerzes. Möge die gesamte Schöpfung Zeuge unseres Triumphes werden. Ich bin egal. Ja. Das ist ihm egal. Er kommt trotzdem. 5, 4, 3, 2, 1. Zeigt keine Gnade. Ach. Der Pfad des Lichts. Na gut. Ich werde nicht wanken. Der ist tot, oder? Wenn es sein wird. Oh mein Gott. Ich bin jetzt tot. Na, das läuft ja. Mann munkelt. An hier gäbe es Schätze zu erbeuten. Schlafen Sie heut. Oh, jetzt verliert er die ganzen Coins. Bad, 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 da checke ich ja mal gar nicht. Ey, der ist doch so gerade eben weggekommen mit den 5 Coins und dann feedet er da oben rein. Klassiker. Wie hält man das nur aus? Keine Ahnung. Hast du da ein Rezept? Anti-Feeding. Kannst nix machen, Feeding ist weit verbreitet. Oh, 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 ja ich bin schon wieder tot, weiß ich jetzt schon. Hohohohohoho. Ahh, deleted. Ah, da verlieren wir doch Dinger. Wir gehen Top-Lane, Gastro halt eh nicht mehr, ah doch, jetzt geht er doch, doch. Der Tykes kommt noch aufbauen. All random, all mid. Schönen. Stun, Stun, Stun! Oh Gott, nee, ist das echt der Wurm drin. Der Tram. Unsere Verbündeten benötigen Ausstand. Seit hohen Notes. Wir sind hier unten im Hardcat. 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 Oha Ja, das kann man so sagen Oh, was haben die alle gemacht? Jetzt kommt gleich der Flame Auriöl, why? Oh, tschüss Warum klappt das bei den Gegnern immer? Warum? Tschüss Tschüss Schätze für alle, aber am meisten für mich Hahahaha Ich will hier OP-Varian-Skills sehen jetzt Der Pfad des Lichts Good old face-check Vielleicht sollte ich auch einen Red skillen hier in der Gruppe Das wiederbeleben Ich habe echt überlegt gerade, ne? Oh Könnte auch Neometer sein Oh, gleich kommt wieder der Train runter um noch zu holen Das hat irgendwas auf meine Ulti gerabbt Ich will euch nicht I don't know what Nice save, oder? Alter Jo Wie auch keiner gekommen ist von unserer Mates, ne? Mal zu sehen, oh die sind im Trouble Da komme ich jetzt vorbei Nö, die relaxen schön Zu dritt Erholungsurlaub auf der Top-Lane, ey So, die hat in der ETC Stage-Dive Ich glaube der ist doch in uns rein gejumped da, oder nicht? Jetzt die Ich will den Marken Boah Ghazlow fiedelt ne Runde, der ist wieder spendabel Boah, was kann ich dem jetzt noch mal helfen Boah, hol die gerettet Ich habe nicht gedacht. Ich habe mich schon innerlich von ihm verabschiedet gerade. Anstatt zu null zu porten, er hat null Mana. Oh, die kommen alle, die kommen alle. Da sind alle. Ich habe ihn gewöhnen. Ein weiteres Loch über ihnen zu spielen. Geheime Boss-Mission 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 Loll. Loll. Ich brauch's schon da oben? Das war fast da. Ich bin tot, hab 4 Coins verloren, ja, ich auch, das du AFK, PUSH. Ja, siehst du, Robo-Goblin. So zum Katzen. Immer, Junge. Immer. So zum Katzen. Ja, da war euer Gegner wohl schneller. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Der macht gar nicht mit. Macht er auch nicht. Die ganze Zeit schon nicht. Harmonie in allen Dingen. Das reicht! Wir Malochen nicht umsonst! Sieben gehalten schon, ne? Ich hab doppelt so viel wie der. Hey, wir haben's geschafft! Er hat nie dran gezweifelt! Ja, wir haben's falsche Seite. Ich hab nur das Pläne... Oh Gott. Die Flamme von allen Geschenken! Und was hat sich erwähnt? Stopp! Die Flamme von allen Geschenken! Danke, du hast Steinbein! Sie haben alle gezahlt?! Ach, wen kümmerst? Jetzt geht der Spaß los! Hoffen wir,pergen quer so! Boże,Gaslo. Du bist erfreulich. Hehehe! Schmerzen! Was? Wie ist die da durchgekommen? Guck dir das an, der haut immer ab und ab. Der macht immer nur Camp, Rosi. Der rennt eine Runde über die Karte, macht alle Camps, das ist alles was der macht. Ich sag mal so, da werden die jetzt hinkommen. Ich sag mal so, da war ich schon. Ich sag mal so, da war ich schon. Ich sag mal so, da war ich schon. Wir sind zu viel... Keiner von denen gestorben? Ja, nur von uns. Krass. Ich dachte von denen wäre wenigstens auch einer gestorben. Ist dann natürlich nicht so geil. Könnten Payment machen. Nein, auf gar keinen Fall. Weg da, weg da, weg da. Das läuft wahrscheinlich, ja. Dann können die einen Payment machen. Captain Obvious muss calling. Wir können da noch nicht zu viert hingehen. Das ist noch ein Problem. Wir haben nur Solo-Boys, Alter. Jetzt macht der Varian da einen Camp, Junge. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist noch ein Problem. Die AFK, die alle sind. Oh Gott, das ist warm. Ich habe mich fast gekehrt. Vorsicht, Vorsicht ne, oder willst du auf den Chor gehen? Ne. Ich habe gerade die Payment durchgezogen, ich komme. Schick diese Küstenschiffer zu den Heilen. Jetzt können wir dann tatsächlich auf den Chor gehen. Ich habe keine Energy und der eine macht einen Kiep, der andere ist zurückgeportet, der dritte... Komm, dann lass uns wenigstens hier. Junge, Junge. Das war der letzte Sekunde, ey. Wuh! Noch gar nicht so loben, macht Botcamp, ne? Der hat Zeit! Hör mal, der lebt in einem anderen Universum. In einer anderen Parallel. In einer anderen Parallelwelt lebt er. Na. Oh, Spass, die ist noch 38 Sekunden tot. Was ist noch das? Wo immer ich gebraucht? Wo immer ich gebraucht... Wo immer ich gebraucht... Was up safe? Future Oil. いました! What's up save? Ja. Auf jeden Fall. Der Varian macht da so ein Coin-Camp, Junge, schlimme Truppe, wenn wir jetzt nicht beenden dann weiß ich es auch nicht, ja ping ping, ich mein wir könnten natürlich auch einfach aber bezahlen ist auch Raucher, ne ja, komm, kommt eh keiner mit, zu zweit sterben wir da eh noch Einfach painen und dann ist die Runde durch nicht ja Ja, 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 ja. Sieh! MVP Endlich mal wieder ein Win Nice, wieder 217 Punkte diesmal Sieh! Svenkn